Juhl 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 Ich war die Zufall Ich wollte dann kleine Änderungen vornehmen um genau zu sein Naja, ich wollte eine kleine Pause bei DVD einnehmen weil ähm Naja, wie soll ich sagen Kennt ihr das für so Wenn ihr das Spiel eigentlich mögt aber Ihr habt es einfach viel zu viel gespielt und deswegen Braucht ihr eine Pause weil ihr es irgendwie Obwohl ihr es mögt Trotzdem Ihr könnt es einfach nicht mehr sehen Weswegen ihr halt eine Pause braucht Kennt ihr dieses Gefühl? Na zumindest ist es bei mir so Ich mag das Spiel eigentlich nur Ich kann mich einfach momentan nicht dazu überwinden Es zu spielen Weil Naja Irgendwas in meinem Kopf sagt Ne Kein Bock Und deswegen wird DVD jetzt erstmal für einen kompletten Monat Also einen Monat auf jeden Fall wegfallen Am Montag gibt es dann die letzte Folge von Eine Geschichte erzählt durch Perks Und Und äh Ja Das war's dann im Großen und Ganzen Dann Erstmal Wie gesagt Ich mach erstmal ein Minimum Monat Pause Ich hab noch ein paar Survivor unten die ich eventuell hochladen werde Ja Ja Und Dann guck ich mal Du bist ja heute Cam normalerweise Resident Evil Also Resistance Resistance wird jetzt äh Den Was ich so würd sagen Also Für einen Monat jetzt erstmal den Platz von dbd einnehmen Ich wollte euch nur darüber informieren Dann würd ich sagen Bleibt gesund Passt auf euch auf Haut da rein